Da kommt Ärger auf dich zu. Blum weiß, wo du bist. Du musst dich irren, Amigo. Wenn ich mich recht entsinne, bist du doch da, um mich von Blums Radar zu löschen. Ja, das hat geklappt. Nur ist jetzt die Miliz hinter dir her. Manchmal sollte ich auf die Stimme hören, die mir sagt, dass ich im Bett bleiben soll. Manchmal, ja. Gott verdammte Scheiße. Okay, beeil dich ein bisschen. Ja, ich beeil mich ja schon. Erstmal brauch ich ne Karre. Jetzt sag mal nicht, Alter, jetzt muss ich den gesamten Scheißweg dahinlaufen. Moment mal. Ja, und jetzt dürfen wir den gesamten blöden Weg hier dahinlaufen. Oder ich versuch's nochmal irgendwie hochzukommen in deren Basis. Klau mir ne Karre. Hier will ich nun wirklich nicht sterben. Beeil dich mal, verdammt! Ich beeil mich doch, Mensch. Jetzt macht der mal nicht einen Schlüpfer. Ich muss mir erstmal ne Karre besorgen. Nachdem ich die andere ja irgendwo stecken gelassen habe. Oder haben wir hier vielleicht sogar ein Moped, Alter. Dann fahr ich mit dem Moped runter. Guck dir einer an hier. Ah, schön Harley-Davidson. Boah, auf dem Ding kann man auch ein Wheelie machen. Das ist doch geil. Ich bin ja gleich da. Ich bleib in Deckung. Hoffentlich kannst du besser schießen als die Typen. Ich hoffe es auch. Wollt ihr mich verarschen? Rambo in der Jungle. career- prioriker. Augen aufs. Such in der Richtung. Augen aufs. Fangt an zu suchen. Achtung. Ich habe hier nichts. Gehe nach da drüben. Seid vorsichtig! Ja, genau. Wir schießen zehnmal und da waren das jetzt 20 Schuss. Bist du das, Pierce? Ich bin's. Sind die schon tot? Ich arbeite dran. Los, schieß jetzt! Achtung, ich darf eine Granate! Fuck, man! Oh, oh. Alter! Hier sind ein paar übel aussehende Jungs auf dem Rat. Beile dich ein bisschen. Reiß dich zusammen. Achtung, Granate! Schnapp ihn! Schnapp ihn! Okay, ja, dann muss ich tatsächlich über die andere Seite rein. Leider haben die Wichser mich schon gesehen, wo ich bin. Das ist natürlich scheiße. Hier ist nichts. Ich suche anders weiter. Nichts. Ich suche woanders weiter. Such in die Richtung. Wo ist denn der letzte? Hier ist nichts zu sehen. Ich gehe weiter. Was ist das? Das war's für heute. Wie dämlich können NPCs sein. Sucht er ihn. Geht da lang. Das war rasch und die Penner. Damit das mal klar ist, ich mache dich verantwortlich. Nur fair. Wir müssen hier weg. Jetzt muss ich ihn auch noch beschützen. Scheiße, jetzt werde ich hier alles hochjagen müssen. Ich muss noch mehr Fallenscharf schalten. Und dann müssen wir echt... Schade. Wie ist das denn? Sie haben mich gerade Taschenbejahrt? Schafft sie mir vom Hals! Ja, komm. Dann lauf mal. Bombe gelegt, aber nicht bereit. Der Detonator braucht ein paar Sekunden, um aufzuladen. Du musst nur sicher gehen, dass die den nicht abschalten. Klar? Hast du Kopfhörer? Was? Ganz genau. Du brauchst angemessene Musik für diesen Anlass, mein Freund. In Form! Okay! Halt sich rein! Mit allergischen Sterben! Geht los! Hört sich heilern! Oh shit! Hey! Funktioniert! Auf zu kommen! Yes! Ich bin da! Ich habe immer bewusst, dass meine Kutze schon bei krank. Dann wird es hier langsam zu heiß, Mann! Ja, was soll ich denn da bitte machen, ey? Wo dieser hässige, kleine, dumme, kohannesartige Hurenbock sich nicht bewegt. Damit das mal klar ist, ich mache dich verantwortlich. Ja, ist doch in Ordnung. Wir müssen hier weg. Jetzt quatschen wir nicht rum. Jetzt werde ich hier alles hochjagen müssen. Ich muss noch mehr Fallen scharfen. Und dann müssen wir echt die Huren schwenken. Alter! Wir aushalten! Wir aushalten! Bombe gelegt, aber nicht bereit. Der Detonator braucht ein paar Sekunden, um aufzuladen. Du musst nur sicher gehen, dass die den nicht abschalten. Klar? Bist du fertig? Hast du Kopfhörer? Nee. Ganz genau. Du brauchst angemessene Musik für diesen Anlass, mein Freund. Du brauchst dich bereit. Du brauchst dich langsam zu heiß, Mann. Löst die Fall raus. Yes. Hey. Funktioniert. Komm. Okay. Ja. Hey. Habt ihr mal gewusst, dass mein Kuss weg war? Hey. Ihr seht, das war mein Fahrrad. Ob wir irgendwas klarstellen wollen? Was? Du brauchst noch eine Minute. Nur noch eine Minute. Nur noch eine Minute dazu. Hey, ich glaub, die Mucke, die muss ich mal ganz schnell wieder ausmachen. Also, weil ich irgendwie das Gefühl hab, dass diese Mucke geschützt ist. zum Beispiel in der leer. Jetzt kurz in den Riesen die Mucke. Bist du nicht? Och, ich habe Angst. Ja. Beide ich, was wir mit zwei Jarrahum befassen? Ja. Da geht es nicht. Ja. Hey. Da geht es nicht. Da geht es nicht. Bis denn die Mucke. Und wenn man es nicht. Da geht es nicht. Tag. Und da geht es nicht. Alle Schauen, eine verkabelt, bleibt noch eine. Und was warten wir jetzt hier? Alle Pfeilen auslösen, oder? Alle Pfeilen auslösen, oder? Alle Pfeilen auslösen, oder? Alle Pfeilen auslösen, oder? Ich glaube, das ist ja ein Bug. ich mache noch mal ein auto safe jetzt aus der flan und für euch geht es dann morgen weiter ich bedanke mich das tut